Bhagavad Gita, Vers 2.14 O Sohn-Kuntis, das zeitweilige Erscheinen von Glück und Leid und ihr Vergehen sind wie das Kommen und Gehen von Sommer und Winter. Sie entstehen durch Sinneswahrnehmung, o Nachkomme Bharatas, und man muss lernen, sie zu dulden, ohne sich verwirren zu lassen. Erklärung Wenn man seine Pflicht in rechter Weise erfüllen will, muss man lernen, das zeitweilige Erscheinen und Vergehen von Glück und Leid zu dulden. Nach den widischen Unterweisungen muss man selbst während des Monas, Maga, Januar, Februar, früh am Morgen sein Bad nehmen. Zu dieser Zeit ist es sehr kalt, aber trotzdem zögert ein Mann, der an den religiösen Prinzipien festhält, nicht sein Bad zu nehmen. Dementsprechend zögert eine Frau nicht, während der Monate Juni und August den heißesten des Sommers in der Küche zu kochen. Man muss trotz ungünstigen Klimas seine Pflicht erfüllen. In ähnlicher Weise ist Kämpfen das religiöse Prinzip der Kshatriyas. Und auch wenn man gegen einen Freund oder Verwandten kämpfen muss, sollte man nicht von seiner vorgeschriebenen Pflicht abweichen. Man muss den vorgeschriebenen Regeln und Regulierungen religiöse Prinzipien folgen, um zur Ebene des Wissens aufzusteigen, da man sich nur durch Wissen und Hingabe aus den Klauen Mayas Illusion befreien kann. Die beiden Namen, mit denen Arjuna angeredet wird, sind ebenfalls bedeutsam. Die Anrede Konteya bezeichnet seine bedeutende Blutsverwandtschaft mit der Familie seiner Mutter. Die Anrede Varata bezeichnet seine Größe von Seiten seines Vaters. Von beiden Seiten hatte er also ein großes Erbe erhalten. Ein großes Erbe bringt die Verantwortung mit sich, in rechter Weise seine Pflichten zu erfüllen. Und daher blieb ihm keine andere Wahl, als zu kämpfen.